Alle meine Entchen. Dieses Stück hatte ich dir schon einmal im zweiten Band gezeigt. Damals mit Statuen D und das Fis-Wein im Kapitel neu. Jetzt habe ich es hier in S-Dur aufgeschrieben. Wir haben also die Vorzeichen B, S und Ass. Spielen wir es einmal so, wie es hier steht. Dieses Stück haben wir jetzt ja schon in zwei verschiedenen Tonarten gespielt. Einmal in D-Dur im zweiten Band und jetzt deutlich unbequemer von den Griffen in S-Dur. Dieses Stück bietet sich dazu an, einfach mal auszuprobieren, dass man es transponiert, also in verschiedene Tonarten setzt, da der Anfang ein Ausschnitt einer Tonleiter ist. Also es einfach Ton für Ton, Schritt für Schritt aufwärts geht. Probier doch einfach mal aus, wie es klingt, wenn du mit G anfängst oder mit A oder mit F oder B. Wenn es nicht so klingt, wie du es kennst, dann fehlt vielleicht ein Vorzeichen. Dann ist vielleicht der Abstand zwischen zwei Tönen, also das Intervall, mal zu groß oder zu klein. Und da kannst du einfach mal ausprobieren, was brauchst du dafür. Muss ein Ton erhöht werden, brauchst du also ein Kreuz. Muss ein Ton erniedrigt werden, weil der Abstand vorher zu groß ist, dann brauchst du ein B. Und da kannst du es einfach mal ausprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gangen durch die Tonarten.